Liebe Zuschauer, guten Abend, willkommen zum Wetterbericht. Auch morgen gilt, je weiter im Süden, desto schöner. Dabei sind dann auch im Bogenlandkreis nicht mehr wie heute bis zu sieben Sonnenstunden möglich, sondern nur noch bis zu vier Sonnenstunden. Aber der Reihe nach. Heute Nacht setzt sich von Norden her wieder die feuchte Nordseeluft stärker durch. Wir haben es mit Hochnebel und mit Nebel zu tun. Weiter südlich ist es zunächst noch klar, im Verlauf dann gering bewölkt. Die Temperaturen gehen auf minus 6 bis minus 8 Grad zurück. Morgen gibt es Werte um den Gefrierpunkt. Im Norden bleibt es trüb. Im Süden beginnt der Tag freundlich. Im Verlauf nimmt die Bewölkung auch in diesen Regionen zu. Meist bleibt es trocken. Nur im Harz kann es etwas Neuschnee geben. Da geht den Winterfans natürlich das Herz auf. Hier zwischen Turfhaus und Brocken liegen im Moment 60 Zentimeter Altschnee. Der kann ein wenig frischen Schnee durchaus gebrauchen, denn die Skier gleiten ja am besten auf dem Pulverschnee. Paul Kreis, vielen Dank für dieses tolle Foto. Fehlt noch der Blick auf den Trend. Am Dienstag gibt es Nebel, Wolken und etwas Schnee oder Regen. Am Mittwoch ist es überwiegend wolkig. Am Donnerstag geht es teils aufgelockert und mit etwas höheren Temperaturen weiter. Nachts bleibt es aber frostig. Dass die Glättegefahr damit ein Thema bleibt, versteht sich von selbst. Soweit für heute Abend, liebe Zuschauer. Der Blick auf die Wetter. Liebe Zuschauer, guten Abend. Wir haben es schon thematisiert. Ein traumhafter Tag liegt hinter uns. Bei Werten um den Gefrierpunkt gab es einen blank geputzten Himmel, zum Beispiel hier in Bautzen. Die Ausnahme, die Leipziger Tieflandsbucht. Dort hatte sich die feuchte Nordseeluft so richtig festgesetzt. Die Folge Zäher, Hochnebel, Nebel und minus 8 Grad am Vormittag. Hartgesottene nutzten trotzdem die seltene Möglichkeit, mit den Langlaufskiern den Stürmthalersee südlich von Leipzig zu umrunden. Auch am Markkleeberger See trübe Stimmung. Und schon hatten diese Sonntagsausflügler den sonst so gut besuchten Hafen fast für sich alleine. Im Leipziger Raum gibt es auch heute Nacht Hochnebel und Nebel. Ansonsten ist es klar, windig und frostig. Auch morgen ziehen im Nordwesten wieder Wolken durch, während alle anderen Regionen erneut Sonne tanken. Das alles bei Minusgraden. Am Dienstag gibt es Nebel, Wolken und etwas Schnee oder Regen. Am Mittwoch und am Donnerstag geht es teils wolkig, teils aufgelockert weiter. Soweit die Aussichten, liebe Zuschauer. Tschüss.